Was ich jetzt auch ganz viel trainiere und mir, wenn ich drei Sätze mit 15 trotz Blau mache, ist der Pistol Squat. Weil was man ganz deutlich natürlich merkt, ich habe jetzt zwei Wochen am Stück gelegen bzw. gesessen und mein Oberschenkel, der muss einfach ein bisschen mehr wieder aufgebaut werden. Ja, und ihr habt gerade eins gesehen, der Start hilft mir auch, nach vorne zu kommen. Und jetzt nehme ich den Oberkörper, Push and Pull. Muss auf einem Bein, nämlich rechts, stabilisieren. Ich könnte natürlich auch hier ein bisschen ablegen, dann gehe ich ein bisschen nach hinten. Dann natürlich wie immer Seitenwechsel.